Na gut, mach ich mal ein bisschen hier. Ich geb die zum Wegpunkt. Das mach ich nochmal. Was war das, äh, R1, so ein... Achtung, R1, Achtung, 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 Gironimo! Bam! Bam! Habt mich zum Fressen gerne. Rapper, Rapper! Äh, so, nein, nein. Autsch! Oh, entwickeln kann ich mich? Äh, aha, aha. Entwickele dich zu Phase 3. Dadurch wirst du größer und stärker. Außerdem erhöht sich deine Gesundheit. Das ist cool. Ähm, L2 und R2 gedrückt halten. Wow, wow, wow. Drei Punkte zum Ausgeben übrig. Habt ihr das jetzt gerade gesehen? Diese komischen Kugeln, die der auf dem Rücken bekommt? Wisst ihr an was mich das gerade erinnert hat? Ja, schreite ich erstmal aus. Das hat mich voll an Gremlings... Kennt ihr den Film noch, Gremlings? Da gab es einige davon, eigentlich bekannt, ne? Die Gremlings, wenn die nass werden, dann haben die sich ja auch verwandelt zu einem Monster. Und genau so hat das jetzt ausgesehen auf dem Rücken. Wenn die nass geworden sind, haben die auch solche Beulen auf dem Rücken bekommen und haben sich da weiterentwickelt. Wie der jetzt gerade? Das ist also ein... Das ist ein Gremling! Jetzt habe ich es. Das ist kein Monster, das ist kein Kulat. Das ist ein Gremling. Ein riesen Gremling ist das. Ja! Und jetzt werde ich erstmal die Feuerpunkte vergeben. Äh, für den Feuerabend den Punkt vergeben. Den mache ich voll. Reichweite 169%. Schaden 169%. Rahmen. 100% Was denn das? Das ist vielleicht noch gut, oder? 130%. Aber Rahmen ist auch gut. Was ist denn das? Das ist der Schmettersprung. Mach ich die nächste Stufe so, ja. Okay. Mit R1. Ja, das habe ich da oben schon gesehen. Dazu muss ich jetzt einfach mal... Hier hinunderspringen. Und R1. Gironimo! Wie! Bäm! Alter Schwede! Hey, bleib nur hier! Lass mal essen. War das nicht schon voll, die Panzerung eben? Okay, wie ist das jetzt wieder weg? Halt halt, warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Hier ist mein Zielkreuz hier. Oh, das ist aber echt schwer zu steuern, muss ich ehrlich sagen. Das ist echt schwer zu steuern, das war's kleines. Das habe ich wirklich wild um mich gehauen. Aber die Panzerung ist voll. Ich habe das Mikrofon natürlich jetzt ausgetauscht. Ich habe jetzt im Moment das Rode NT-USB wieder am Start. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Bei dem Let's Play? Okay, das ist noch das Tutorial. Ja, hau ab, sonst fresse ich dich. Schnell weg mit dir! Ich mache das Tutorial, ich komme mit dem Monster nicht so wirklich klar. Das habe ich letztes Mal schon festgestellt, im letzten Part. Aber ich werde natürlich das Tutorial fertig machen. Ich muss hier erstmal nochmal schauen. Ja, hier. Ich gehe, glaube ich, lieber hier runter. Was läuft denn da? Was war denn das? Das war wieder so ein Vieh. Achtung, Achtung! A-Attacke, A-Attacke, wie war das? Und, 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 und? Äh, zwei, zwei, ja. Schleichangriff, ja. Das kann ich mir gar nicht so alles merken immer. So viel. Mit dem Schleichangriff, mit dem Gedöns. Dazu ist ja eigentlich das Tutorial da. Aber irgendwie, ja, es funktioniert nicht wirklich. Jetzt hole ich mir die... Ich bin zu laut, ich... Habba, habba! Genau, bisschen Essen. Da ist noch so ein Vieh. Das sind noch viele Viecher. Aber mein Panzerung ist aber voll. Ich glaube, das bringt ja gar nichts mehr. Oder kann ich mich irgendwie noch weiterentwickeln? Oder geht das nicht in diesem Tutorial? Äh, äh, was ist denn das hier? Ich wollte bloß das Fressen. Ich muss, ach, ich muss da hingehen. Schon wieder? Die machen mir Aua, oder? Oh, sag mal. Weg dich zum Wegpunkt, wo ist denn der nun? Da hinten ist er. Oh, da ist aber viel los los. Wie war das mit dem Sprungangriff? Mit R1, ne? Oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Ah, X, X muss ich drücken. Äh, hallo? Wo kommen die her? Kann ich, kann ich die essen? Wie war das wieder mit dem Angriff? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ja, jetzt habe ich es wieder vergessen. Das war R1, oder? Mit dem Schleichangriff. Ne, R2. Mein Gott. Lädt sich aber schnell auf. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich hin? Hallo? Oder Punkt Ada? Okay. Hopp und hopp und hopp. Oh, äh. Ja, wie war das jetzt wieder mitspringen? Wieso ist denn alles so rot, bitte? Aber ich werde gerade angeschossen, ne? Boote? Zu weit gesprungen, zu weit gesprungen. Wer schießt denn da wieder auf mich? Wo denn? Ich drücke immer die falsche Taste. Oh. Ey, kommst du her? Siehst du, die können auch fliegen. Ach, mit L1. Okay. Ich stelle was von einem Schildchen wieder aufladen. Äh, aufladen. So, wieder voll. Prima, prima, prima. Und jetzt geht's weiter zum Wegpunkt. Vielleicht soll ich ja auch schleichen. Oh, oh. Hallo? Oh, 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 oh. Ich bin nochmal. Oh, 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 oh. Hahaha. Oh, oh oh, oh. Oh, oh. Oh. ja jetzt elite fauna elite kreaturen sind töte und friss sie um kurzzeitige vorteile zu erlangen diese blöden fallen da waren das zielkreuz da und dann schleich angriff so und jetzt er zwei oder was erst mal grillen rolle frisst aber lange dran sind schon wieder acht minuten rum verdammt die zeit vergeht richtig schnell das habe ich den vorteil aber ich weiß nicht wohin nicht ich denke ich jetzt schon bin ich ja ich glaube das tutorial ist rum oder den kennen wir doch den kollegen medik assault und medik was ist der nächste verstärkte jäger der supporter ist es habe ich so richtig ja okay und ein tropper fängt das monster was ich glaube ja und jetzt attacke ich glaube ich wo ist nicht so hin glaube ich jetzt auf mensch wo 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 ich muss die zuerst killen wie desi mehr ganz platt hey warte wo bist du denn her mit der anleitung du hast eine trophäe verdienen ich habe es endlich geschafft schließe das tutorial innerhalb des zeitlimits sein jetzt auch okay ja gut ich habe ein bisschen gewartet ich habe da ein pause menü gesteckt was in sechs minuten soll man soll man monster gold schaffen in sechs minuten na gut ich bin wie man es sieht ein kremmling ja ich bin ein kremmling ich habe mich weiterentwickelt zum großen kremmling aber ich bin kremmling es hat alles ein bisschen länger gedauert bei mir so ja 12 minuten sind rum bis jetzt ist es ein bisschen als monster schwierig wirklich schwierig zu spielen das monster ist wirklich schwer und ich denke nicht dass ich unbedingt das monster sein werde im online multiplayer modus obwohl es wahrscheinlich auch übungssache das tutorial habe ich beendet ich bedanke fürs zuschauen ich mache jetzt einfach mal einen cut sind es auch bloß zwölf minuten folge ist ist ja egal es geht ja bald weiter ich habe jetzt hier ein bisschen ja gelust kann man nicht so sagen aber ist egal ich bedanke fürs zuschauen wenn ihr fragen zum spiel habt oder so überhaupt so fragen könnt ihr gerne in die kommentare reinschreiben ich bin mal gespannt wie lange mich das spiel motivieren wird oder ob es eine langzeit motivation hat ich werde sehen wenn man sich mit freunden spielt dann macht es bestimmt mehr spaß tschüss bei bei winke winke hier war sunfin call mit dem zweiten part von ewolf gehabt euch wohl wir sehen uns wieder und wenn es euch gefallen hat übrigens ja dann könnt ihr gerne wieder vorbeischauen bei mir und wenn ihr bock habt könnt auch meinen kanal abonnieren natürlich kostenlos kostet euch nichts außer ein bisschen zeit knöpfchen zu drücken und wenn das nichts für euch ist dann schaut ab und zu mal bei mir vorbei würde mich drüber freuen natürlich tschüss bei bei winke winke schnöpfchen 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 schnöpfchen